Neuer Monat, neues Glück. Herzlich Willkommen bei meinem Juli-Budget. Der dritte Monat, an dem ich nicht sonderlich hohe Umsätze erwarte und wieder mal Schiss habe, dass meine Befürchtungen wahr werden. Ich habe letztes Jahr im Juli 850 Euro Umsatz oder so gemacht und davon kann natürlich kein Mensch leben. Aber der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht auch gesehen, dass mein Gehalt gestiegen ist von Juni zu Juli. Wohlgemerkt Gehalt, was ich mir selber auszahle. Wohlgemerkt Gehalt, was sich an meinen letzten zwölf Monaten Umsatz orientiert. Und da sowohl der Mai als auch der Juni besser waren als das Jahr vorher, ist mein durchschnittlicher Umsatz größer und ich habe 52,62 Euro mehr jetzt im Juli zur Verfügung als im Juni. Heute ist der zweite Juli. Das hat zur Konsequenz, dass ein paar Sachen schon bezahlt wurden. Also gestern, ne? Also ihr seht, dass manche Sachen schon beglichen wurden. Was ich sonst noch plane, seht ihr dann jetzt sofort, wenn wir ins Budget gehen. Und da sind wir bei einem Every-Dollar-Budget bzw. einem Zero-Based-Budget. Ich habe alle Einnahmen, die ich erwarte oder schon bekommen habe, verplant. Jetzt muss ich mich nur noch exakt an mein Budget halten und das ist genau der Sinn eines Zero-Based-Budgets. Also ein Budget, was man selbst auf Null bringt. Und im Idealfall, darüber sollte ich vielleicht auch mal ein Video machen, legt man das, was man sparen will, am 1. des Monats zurück und guckt nicht, was am 30. noch übrig ist und spart das. Denn in der Regel ist nichts übrig. Also hier dann direkt beim Monatsstart planen, wie viel man sparen will. Bei mir ist die Sparquote, glaube ich, im Juli 13%. Aber dazu kommen wir später. Erstmal kommen wir zu den Einnahmen. Das sind 1.279,70 Euro. Und das sind realistisch 63% meines durchschnittlichen Monatsumsatzes der letzten 12 Monate. Faktisch sind es aber 50% meines Umsatzes des letzten Monats. Und auf die letzten 12 Monate ausrechnen, tue ich das natürlich, um Schwankungen auszugleichen und so drüge Sommermonate, wie jetzt gerade sind, halt zu kompensieren versus die Wintermonate, in denen mein ganzes Business besser läuft. Kindergeld ist natürlich noch nicht gekommen. Dividende sind 6 Cents, aber es wird noch mehr sein. Das ist 6 Cents von einem Bruchteil einer Einzelaktie, die ich bekommen habe, dadurch, dass einer von euch mit meinem Code bei Trade Republic ein Konto eröffnet hat. Also die zahlen quasi als Affiliate-Provisionen, zahlen die Aktien aus. Schon so ausgesucht, dass die jetzt gerade, dass es gute Aktien sind, die gerade gesunken sind, bevor man aber ausgehen kann, dass die wiedergekommen. Das sind 6 Cent von einer Walt Disney Aktie. Was ich noch bekommen habe durch so ein Affiliate-Ding ist Tesla. Weil Tesla zahlt keine Dividende. Walt Disney zahlt mir 6 Cent Dividende im nächsten Monat. Da werden noch andere Dividenden-Posten hinzukommen, weil ich ja zwei Dinge habe, die monatlich zahlen. Aber da warte ich darauf, dass mir Divi-Diary sagt, wie viel denn da exakt kommt, beziehungsweise was veranschlagt ist. Von Juni übrig habe ich 992,81 Euro. Von Profit, das ist quasi meine an mich selbst ausgezahlte Dividende meines Unternehmens. Das geht so, dass laut Profit First man einen bestimmten Prozentteil, zu Anfang 1, dann irgendwann 5% seines Umsatzes, auf Seite legt. Und am besten auf ein verzinstes Sparkonto, wo man dann vierteljährlich, also immer dann, wenn auch Dividenden gezahlt werden, sich die Hälfte selbst auszahlt. Dieses Geld muss für Spaß ausgegeben werden. Jetzt kann man natürlich sagen, investieren in Aktien oder ETFs macht mir Spaß und das nehmen. Aber für solche, für irgendwelche Sachen, die man sich gerne kaufen möchte, und da habe ich jetzt schon Pläne für Oktober, kann dann das Profitgeld herhalten. Also was regulär nicht im Budget drin ist, kann dann davon bezahlt werden. Das sind jetzt 85 Euro, die ich mir ausgezahlt habe. Auf meinem Profitkonto liegen immer noch 85. Also so ist das gedacht. Und natürlich wächst das jeden Monat, aber es wird nie null. Also man zahlt sich immer nur die Hälfte aus, während es wächst immer nur die Hälfte. Und dieses Profitkonto, das soll gleichzeitig auch als so eine Art Notgroschen für das Unternehmen gelten. Dann habe ich vor Ende des Monats aber erst wieder zur Plasmaspende zu gehen, nur einmal diesen Monat. Das sollte mir 29 Euro einbringen. Ich werde in drei Wochen etwa meine Doktorarbeit diesem Lektoratsbüro geben, die da auch ein bisschen Geld für haben wollen, dass die da drüber schauen. Offene Fragen vielleicht klären, es vor allem aber auch schick machen, nach den Vorstellungen meiner Uni, damit ich das abgeben kann. Und ich habe so schrecklich prokrastiniert für diese Hübschmachung, weil ich dann mit Word kämpfe und erstmal rausfinden muss, wie ich überhaupt ein Tabellenverzeichnis erstelle und all so ein Zeug. Dass ich gesagt habe, okay, ich mache das über die und ich setze das Geld natürlich von meinen Businesskosten ab, also von meinen Ausgaben. Weil das natürlich das Einzige, wozu die Doktorarbeit mir irgendwas bringt, ist, dass ich das auf zukünftige Bücher oder Kurse oder sonst was draufdrucken kann, dass ich ein Doktormid bin. Ich werde zwar eh oft schon mit Frau Dr. Rosenbusch angesprochen, wie glaube ich alle Ärzte, alle Ärzte werden immer gedoktert. Aber in echt kann ich es ja noch nicht draufschreiben. Es ist eine Werbeausgabe, will ich sagen, die Doktorarbeit lektorieren zu lassen. Genau. Und um nochmal über meine Doktorarbeit drüber zu gucken, habe ich mir ja jetzt die letzten paar Monate, anderthalb Stunden Zeit, die ich bei der Plasma-Spende verbracht habe, zum Drübergucken genommen. Und am 24. glaube ich, gebe ich diesem Büro mein Word-Dokument meiner Doktorarbeit und ab dem Zeitpunkt habe ich dann quasi wieder Zeit zur Plasma-Spende zu gehen. Also das sind hier diese 29 Euro. Von Trade Republic habe ich 4,62 Euro Zinsen bekommen. Trade Republic bietet ein Girokonto an mit jetzt aktuell 3,75 Prozent Zinsen. Die scheinen sich da ziemlich an der EZB zu orientieren, an dem Leitzins, also dass sie wirklich exakt den Leitzins weitergeben. Wer da ein Konto eröffnen will und vor allem da auch traden will, der kann sich gerne an mich wenden. Dann kriege ich nochmal eine kleine Einzelaktie vielleicht. Wenn nicht, kann man auch einfach nur, also wer nicht traden will, der kann auch einfach nur so da ein Konto eröffnen. Und dann da eben entsprechend die Zinsen auf sein Erspartes generieren. Dann habe ich Geld bekommen, was nicht meins ist. Das ist Lillys Geburtstagsgeld. Lilli hat von ihren beiden Taufparten jeweils 50 Euro bekommen, die natürlich auch für sie investiert werden in ihre Rücklagen. Deswegen musste ich es in meinem Budget notieren, um es dann später beim Kinderdepot wieder ausgeben zu können. Klar. 74 Cent Pfand habe ich bekommen, weil ich, keine Ahnung, einfach nur Flaschen und Dosen und sonst was mitgenommen habe, was auf der Straße lag. Auch das ist eine Einnahme. Und meine regelmäßige Zuschauerspende ist auch diesen Monat wiedergekommen, 1,50 Euro. So, und dann gehen wir jetzt weiter in die Ersparnisse. Diese 6 Cent Dividende landen dann halt auch auf meinem Trade Republic Girokonto. Und deswegen kann ich es einfach dem Emergency Fund zuschreiben oder es auf mein eigentliches private Girokonto überweisen. Das macht keinen Sinn. Das mache ich nie. Achso, mit den Zinsen muss ich das ja genauso machen. Ich dovi. Das muss ja noch dazu. 4,68 dann. Das muss ich dann umrechnen. 4,68. Das landet ja auch da. So ein Blödsinn. Das habe ich letzten Mal schon falsch gemacht und dann nachträglich geändert, ohne euch das zu sagen. Wie geht das tückisch von mir? Okay. Das hat dann zur Folge, dass ich mein Augustgeld natürlich hier verringern muss. Wartet. Minus 4,68. Nein, 4,62 ist... 6,4,3... Nein, 3,9... Nein, Komma geht in... Er wird Dollar nicht. Muss ein Punkt sein. Die Amerikaner machen Punkt, nicht Komma. So. Okay. So muss das sein. Das fließt dann natürlich... Die Zinsen fließen automatisch in den Emergency Fund, weil das sowieso auf dem mit 3,75% verzinsten Girokonto rumliegt. So. Und das muss ich dann als spätere Sorge, weil sonst vergesse ich, wenn ich das nicht in August übertrage, dann kriege ich später ein Problem, dass ich es vergesse und mich dann wundere, wo ist das Geld. So. Okay. Wo waren wir? Wir waren hier. Für den Urlaub, der erst nächstes Jahr stattfindet, lege ich monatlich 75 Euro zurück und da sind jetzt schon 151,31 Euro. Das ist der Rest, den ich mir für August vorhalten kann. Das ist mein Sparplan. 13% meines ausgezahlten Gehaltes habe ich in mein Depot verschoben, in meinen Vanguard Futsi All World High Dividend. 32 Euro, also zweimal 16 Euro für Kaution, habe ich auf mein Kautionssparkonto bei Bondora Go & Grow verschoben. Habe ich noch nicht drüber gesprochen an dieser Stelle, Peer-to-Peer-Investing. Ich habe ein Konto bei Bondora Go & Grow, das mit 6,75% verzinst wird, aber weil es keine richtige Bank ist, gibt es hier keine Einlagensicherung. Sprich, die Investition ist risikoreicher. Nichtsdestotrotz habe ich mein Urlaubsgeld früher auch schon immer dahin gelegt und ich möchte das, also damit ich es auch auseinanderhalten kann. Man kann drei Unterkonten bei Bondora Go & Grow anlegen und das Kautionskonto ist eins davon und das ist jetzt dahin gewandert. Gewandert 32 Euro, deswegen habe ich schon 70,19 Euro für Kaution. Lilly hatte dann diesen Monat 132,50 Euro, der in ihren Vanguard Futsi All World floss und ja, damit ist dann das Geld jetzt schon weg. Also ich habe es schon verplant und es ist schon weg und jetzt kann ich es auch nicht mehr ausgeben. Das ist der Sinn von Pay Yourself First, beziehungsweise er spart es am ersten Tag des Monats direkt zurückzulegen. Für unser Freizeitbudget war ein bisschen ein Minus, sind jetzt nur 18,01 Euro drin. Freizeit ist alles, worauf Lilly und ich Bock haben gerade zu tun. Schwimmen gehen, Karussell fahren, Eis essen, was auch immer. Solche Sachen gehen da runter. Mein Semesterbeitrag, den habe ich vor ein paar Monaten mal, als das letzte Mal Semesterbeitrag fällig war, gesenkt. Und es waren eigentlich sowas 56 Euro und so weiter und so fort, was ich nicht verstanden habe, aber ich habe es einfach mal so angenommen. Jetzt habe ich ein paar Monate lang nur 37 Euro zurückgelegt und dann fordern sie von mir ein, dass ich 300 irgendwas zurückzahle und habe einen Semesterbeitragsminus jetzt hier erstellt. Also habe ich für die nächsten Monate meinen Semesterbeitrag wieder erhöht. Hoffentlich ist das eh bald vorbei. Hängt auch alles an der Doktorarbeit. Solange ich noch Promotionsstudent bin, zahle ich einen Semesterbeitrag. Durchschnittlich, nein, nicht durchschnittlich, 56,60 Euro muss ich die nächsten sechs Monate dafür zur Seite legen, um diese 304 Euro, die die Uni haben will, zu haben. Also habe ich es für die nächsten sechs Monate angeglichen. Plus 34,75 Euro. Also das ist da mit drin und das macht dann diese 56,60 Euro. 304 plus 34. Dann habe ich budgetiert 50 Euro Kindergartenausgaben. Lilly kommt ja nächsten Monat in den Kindergarten und der Kindergarten möchte, dass ich ein paar Sachen kaufe. Eine Brotdose, Gummistiefel, eine Matschhose, eine Regenjacke und all so Zeugs. Und da müssen wir mal gucken, ich habe einfach mal 50 Euro budgetiert für den Fall, dass wir irgendwas brauchen. Einen Großteil kann ich ihr wahrscheinlich aber von den Sachen mitgeben, die sie sowieso schon hat, weil wir die nicht so oft nutzen. Wenn es regnet, dann gehen wir nicht auf den Spielplatz, dann gehen wir zu Lelis Freude ins Spielen. Aber mal gucken. Vielleicht ist da das Potenzial, ein bisschen was für den nächsten Monat mitzunehmen und das schlusslich endlich einzusparen. So, und da bin ich bei meiner Spaßausgabe von Profit. Also, das ist das Geld, was ich ausgebe, um zu meiner Schwester zu fahren, beziehungsweise mit Inga. Das ist das Zugticket in erster Linie ICE hin und zurück von Köln nach Hannover. Und das ist eine Spaßausgabe und die zahle ich quasi von meinem Profit. Und da seht ihr dann, wo das Geld hingeht, was ich für Spaß ausgeben muss. Ich habe es extra notiert, damit ich da auch nicht durcheinander komme. Der Oktober ist noch spannender, da habe ich 95 Euro und habe da schon drei Sachen, die ich mir bisher nicht gönnen wollte, die ich da einfach im Budget auch festgehalten habe, was ich damit machen will. Ich freue mich jetzt schon auf Oktober. Ja, und der Phantasialand Fund, wo wir auch wieder im Oktober hinwollen, dann hoffentlich oder Ende September, enthält jetzt auch schon 40 Euro. Ja, und dann habe ich noch den Posten Rückzahlung, nein, Rücklage, Nachzahlung, Kindergarten. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich aktuell keinen Elternbeitrag zahlen muss, aber meine Einnahmen bzw. meinen Umsatz kenne und davon ausgehe, dass die Stadt Köln nächstes Jahr ankommen wird und mir sagen wird, Frau Rosenbusch, Sie müssen Kinderbetreuungsbeitrag zahlen und so und so viel müssen Sie nachzahlen. Also lege ich sicherheitshalber jetzt schon mal zurück. So, da sind wir bei Miete. Ich sollte das mal ändern hier. Das ist immer Mortgage, das heißt, auf Englisch, aber eigentlich muss das Miete sein. So, dann kann auch jeder, jeder nicht das englische Kundige hier sehen. Das ist meine aktuelle Miete. Wir wohnen in einer Einzimmerwohnung in Köln und wollen möglichst in den nächsten zweieinhalb Jahren ausziehen. Für Zahnersatz habe ich zurückgelegt 30 Euro und ja, es wird nicht reichen, mir eine neue Krone zu kaufen. Ihr habt es gesehen in meinem letzten Video über das Einkaufen und Sparen bei Lebensmitteln, da habe ich es auch erzählt. Ich war beim Zahnarzt, mir ist ein Stück von der Krone abgebrochen. Ich brauche Ersatz und ich hatte mal ein bisschen mehr, nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen mehr in meinem Zahnersatzfonds. Aber ich habe den geschröpft, als ich mich selbstständig gemacht habe, also vor zwei Jahren. Und habe dann so nach und nach immer ein bisschen zur Seite gelegt, aber es reicht nicht, um eine neue Krone zu bezahlen. Die Sache mit der Krone bespreche ich im Donnerstagsvideo mit euch, wie es aussieht und was meine Meinung dazu ist, zu rücklagen für solche Sachen. Also eigentlich will ich dafür einen Fonds haben, aber das ist ein kompliziertes Thema. Deswegen lohnt es sich, ein Video darüber zu machen. Strom, 60 Euro ist abgebucht. Mein Handy ist gerade spannend, denn da muss Aldi Talk noch meinen Jahresbeitrag abbuchen. Bis 7.7. jetzt glaube ich noch, bieten die an, dass man Aldi Talk günstiger bekommt, wenn man es, also günstiger pro Monat, wenn man direkt für ein ganzes Jahr bucht. Solche Sachen nutze ich oft und gerne. Wenn es das Angebot gibt, dann nutze ich das. Und da werden die aber jetzt noch sehr bald diese 99,99 Euro abbuchen und dann werde ich hier in meinem Mobile Phone Fund quasi im Minus sein. Und das dann monateweise abtragen. In der Zwischengeldzeit ist halt sowieso zusätzliches Geld auf meinem Konto, daher wird dann kein Defizit entstehen. Für die GEZ lege ich 19,13 Euro zurück, auch bei Trade Republic auf das verzinstete Girokonto. Für Nebenkosten dasselbe. Für Wohnungen renovieren nicht, das ist einfach nur so in meinem Budget, auf meinem Girokonto oder auch nicht. Für Airpods habe ich 20 Euro auf Seite gelegt, falls die kaputt gehen, beziehungsweise so meine Kopfhörer. Und die Babysitterin kann ich diesen Monat drei Stunden engagieren, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche sie. Netflix will 9,99 Euro von mir und für Medikamente, für den Fall, dass ich irgendwas kaufen muss, hätte ich 12,08 Euro. Auch das ist ein Fonds. So, dann sehen wir hier, Transport habe ich nicht, also ich habe kein Auto. Ja, ich habe kein Auto. Ich habe eine Studentenausweis und kann dadurch in ganz Nordrhein-Westfalen kostenlos regionale Bahnen und Busse und sowas nutzen. Auch das wird sich aber irgendwann mal bald ändern, wenn ich keinen Studentenstatus mehr habe. Aber es ist jetzt alles Vor- und Nachteile. Für Lebensmittel habe ich 175 Euro, jetzt noch 169. Restaurant sieht gut aus, ich habe keine Planungen bisher. Vielleicht kann ich mit Lilly essen gehen, vielleicht mache ich aber auch noch eine Freundin klar, die mit mir essen geht. Oder ich gehe einfach alleine mal gucken. Die Tagesmutter kriegt 50 Euro von mir für Essen für Lilly, wenn sie da ist. Das Drogerie-Budget sind 30 Euro und noch 26,71 sind davon da. Und für Vorräte habe ich jetzt auch endlich was. Und das werde ich nutzen, weil es diese Woche bei Penny Kokosmilch im Angebot gibt für nur 1,50 statt, nein, Quatsch. Zwei Stück, nein, wie war es? Oder habe ich mich verguckt? Ich glaube, vier Stück für drei Euro. Also 1,75? Ne, 75 Cents. 75 Cents pro Dose. Oh Mann, das hat jetzt aber gedauert. Ich hatte mal 14 Punkte in Mathe. Mündliches Abitur. Kann ich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Wobei, Kurvendiskussionen könnte ich vielleicht auch jetzt noch. Sowas kann ich nicht mehr. Ah, für Weihnachten lege ich 10 Euro jeden Monat zurück. Für Haushaltssachen habt ihr auch vielleicht schon am Samstag gesehen. Da habe ich mir eine Bürste für Flaschen gekauft. Das geht darunter. Hätte ich jetzt noch 2,89 Euro. Klamotten ist ein Drama diesen Monat. Denn ich habe ja für Lili letztes Jahr, letztes Jahr, letzten Monat Ballettklamotten gekauft. Und jetzt gehen meine Schuhe kaputt. Ich habe diesen Sommer exakt dieselben Schuhe von Deichmann, wie ich sie letztes Jahr hatte. Nur jetzt, nach zwei Monaten, sind die Sohlen durch. Es könnte daran liegen, dass ich ständig mit einem 15 Kilo schweren Kind auf dem Arm rumlaufe. Und dass die Sohlen das einfach nicht gut können. Es kann auch daran liegen, dass die Qualität einfach schlechter ist. Ich weiß es nicht. Also ich muss wahrscheinlich hier ins Minus gehen, diesen Monat. Und mir die billigsten Schuhe, die ich kriegen kann, kaufen. Einfach nur deswegen, weil in meinen Sohlen Löcher sind. Der Klassiker eines armen Menschen. Habe ich Schuhe, Löcher, Löcher in meinen Schuhen. YouTube Premium kostet 12,99 Euro. Ich habe einen Pfand für Tonys, wo ich 8,50 Euro zurücklege. Wovon ich alle zwei Monate einen Toni kaufen könnte. Der war letzten Monat im Minus, weil ich drei gebrauchte Kreativ-Tonys gekauft habe für 15 Euro. Die ich auch schick bespielt habe. Also es hat sich gelohnt. Es war eine gute Ausgabe. Google Drive für zusätzlichen Speicherplatz kostet 1,99 Euro. Mein iPad ist fast abbezahlt mit 10 Euro. Es ist ein Kinder-iPad. Also es ist kein echtes iPad. Wir nennen es nur iPad. Es ist ein Tablet. Es ist ein Kinder-Tablet. Was ich für Lilly gekauft habe, kostet irgendwie 120 Euro. Und ich zahle es monatlich mit 10 Euro bei mir selbst ab. Auch der Kindergeburtstagsfonds ist im Minus. Weil Lilly letzten Monat Geburtstag hatte und ich voll auf die Kacke gehaut habe. Diesen Monat hat aber kein Kind Geburtstag. Von daher ist das kein Drama. Oder doch? Und im August hat keins? Irgendwie so. Also auf jeden Fall nur noch ein einziges Kind, was ich kenne, was bis Dezember Geburtstag hat, wo wir eingeladen sind. Deswegen sollte ich das ausgeglichen kriegen. Zeitnah. Komm Direkt hat heute 1,90 für die Visa-Karte abgebucht. Das Kinder-iPad hat noch nicht abgebucht. Deswegen steht da jetzt hier auch noch 74 Euro Pfand. Ich weiß nicht genau, wann die abbuchen. Die haben eigentlich gesagt Ende des Monats. Lilly war jetzt schon dreimal da und die haben noch nicht abgebucht. Keine Ahnung. Geld ist auf jeden Fall da. Für Prime 8,99 Euro und ich habe auch heute mein Nextbike-Fahrrad nicht abgeschlossen. Und Nextbike dachte dann, ich hätte bis eine Stunde und eine halbe Stunde darf ich kostenlos. Wenn ich es länger behalte, muss ich was draufzahlen. Auch hier wieder Studentenausweis. Ich habe es nicht richtig abgeschlossen und muss jetzt 2 Euro zahlen. So ein Mist. Krankenkasse kostet mich 230,96 Euro. Das ist die AOK für die Rechtsschutzversicherung. Und die habe ich letzten Monat bezahlt, denke ich, lege ich 15,65 Euro zur Seite. Meine Risikolebensversicherung für den Fall, dass ich sterbe, bevor Lilly erwachsen ist, will 30,41 Euro für mich haben, von mir haben, damit meine Schwester, wenn sie sich um Lilly kommen, 250.000 Euro bekommt. Und die Haftpflicht ist 8,09 Euro im Monat. Die bucht natürlich auch einmal im Jahr ab. So, und dann haben wir noch meine Schulden. Vom Elterngeld zahle ich auch diesen Monat wieder 50 Euro zurück. Und das BAföG zahle ich mit 130 Euro im Monat zurück ab Oktober. Übrigens, da, also es wäre gut, wenn ich noch ein bisschen Gehaltserhöhungen für mich selbst in der Zwischenzeit raushaue. Und so ist und bleibt das Budget natürlich knapp. Das muss auch so sein. Für den Fall, wenn du hier neu bist und dir noch keine meiner Budgets und Pläne angeschaut hast. Ich will auf eine Sparquote von 50% kommen. Jeden Monat 1% mehr. Und ich will auch jeden Monat 16 Euro zusätzlich. Zusätzlich. Also, jetzt nächsten Monat 3 mal 16 Euro für die Kaution zurücklegen. Und mich daran gewöhnen, dass meine Miete irgendwann, wenn Lilly und ich hier ausziehen, höher wird. Und der Grund, warum ich das so sukzessive in kleinen Schritten mache, ist schlussendlich derselbe wie aus diesem Gleichnis von dem Frosch, den man ins Wasser tut und die Temperaturen nach und nach und nach und nach erhöht. Und er neuroadaptiert dann und merkt gar nicht, dass er schlussendlich verkocht. Ähm, wenn ich, wenn ich jetzt erst mal das nicht machen würde, mich, ne, meine Sparquote, nein, will sagen, wenn ich jetzt von 12% Sparquote auf 50% Sparquote gehen wollen würde, wäre das sehr schmerzhaft. Dann müsst ihr andere Sachen streichen. Und zudem habe ich jetzt gerade noch nicht so viel Geld. Also, ich kann mich nach und nach daran gewöhnen, mehr Geld zur Seite zu legen und nach und nach daran gewöhnen, mehr Geld zu verdienen. So, ähm, das ist alles. Ich kann es wieder immer nur erwähnen. Hier, Profitford ist vor allem für Selbstständige natürlich, aber er erklärt das auch da so, dass das schlussendlich dieses, dieses langsame sich immer mehr an das Optimum rantasten dazu führt, dass man eben nicht diesen Kulturschock bekommt, äh, vor dem man dann resigniert. Ja, also ein kleines bisschen schafft immer jeder. Ein Prozent sparen, klappt. Und dann kann man im nächsten Monat mal versuchen, zwei Prozent zu sparen. So, diese Sache. Also, dass dann diese, diese, weil die Lebensstilinflation ja auch schleichend, oder die, die Kilos im Laufe der Jahre, das kommt ja auch alles schleichend. Und deswegen, weil, weil unser Belohnungssystem ja daran angepasst ist, äh, und jedes, jede neue Steigerung dann als, äh, neue Norm wahrnimmt. Naja, und deswegen darf ich nicht krass jetzt Geld ausgeben, um dann irgendwann zu versuchen, auf die 50 Prozent Sparquote zu kommen. Das wird nicht funktionieren. Ich mache das sukzessive jeden Monat ein Prozent mehr, um dann schlussendlich mit der 50 Prozent Sparquote auch, äh, in ungefähr 15 Jahren dahin zu kommen, dass ich ausreichend Rente gespart habe. Also, bleibt hier das Budget knapp, vorerst und vielleicht auch längerfristig. Und das ist auch gut so, denn, ähm, mittlerweile ist dieser Kanal ja auch durchaus ein, äh, eine Einnahmequelle für mich geworden. Und wenn ich alles Geld zum Fenster rauswerfe, kann ich das nicht mehr fällen. Ja, das war's. Wenn du neu hier bist, dann hast du vielleicht Lust zuzuschauen, was ich an Geld ausgegeben habe, als ich letzte Woche eingekauft habe. Das Video findest du hier. Und wie bereits angesprochen, am Donnerstag geht's um meine abgefallene Krone. Ah, bis dann, macht's gut. Ich sag ciao, eure Silke. Musik 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 Musik